Hallo und herzlich willkommen bei Outwell. Heute mit einem Video für alle, die eine Markise an ihrem Bus haben. Dafür bieten wir auch spezielles Zubehör an. Hier haben wir einmal unser Hillcrest Tarp. Das ist ein Sonnensegel mit der Fläche 2,30 Meter und ist einstellbar für Höhe von 1,75 bis 2 Meter. Da habt ihr einmal die Möglichkeit, wenn wir hier mal drunter gehen, sieht man deutlich, was das für Vorteile bringt. Die Markise selbst ist ja doch oft nur ein knapper Auszug und gerade wenn ihr mal schlechtes Wetter habt und Regen mit Wind kommt, seid ihr vielleicht froh, wenn ihr zusätzlich in der Front das zusätzlich noch mal schützen könnt. Wir fädeln das ganz klassisch in der Markise ein. Wir haben hier auch wieder unser Doppel-Keder-Profil dran. Aktuell sind wir mit dem dünnen Keder-Element in die Markiseaufnahme. Der kräftigere Keder-Element wäre dafür da. Solltet ihr keine Markise haben, können wir es auch als klassisches Sonnensegel dementsprechend an die Regenrinne befestigen. Wir bieten auch die Möglichkeit, das nicht immer ganz bis zum Boden zu spannen. Das macht natürlich Sinn, falls ihr ein Sitzblatt habt. Der Regen kommt aber für den Front und ihr möchtet einfach nur ein Stück weit trotzdem auch ein bisschen sehen, was da draußen passiert. Somit rolle ich es einfach hoch, habe weiterhin, dass der Regen mir nicht ins Gesicht kommt und habe ein Stück weit meine Fläche vergrößert. Das Packmaß ist besonders klein. Im Lieferungsumfang sind natürlich Heringe, aber auch nochmal zwei Aufstellstäbe. Das Ganze, wenn ihr einen California-Bus habt und auch dieses Möbelpaket gewählt habt, finde ich es sehr praktisch, dass ich das jederzeit dabei haben kann, weil es einfach in diesen Klappenbereich reinpasst. wird alles zu machen.